Hallo liebe Leute hier ist Rownday heute wieder mit einer weiteren Vorschlagsvideo zu den Bussen in der Donaustadt jetzt mit dem 27A hier gleich einmal die Routenführung also eigentlich zwischen Kakran und dem Rennbahnweg beziehungsweise sogar der Obachtgasse würde ich alles gleich belassen wie es auch derzeit ist. Gegebenenfalls könnte man den Bus in diesem Bereich eigentlich ja in beide Richtungen über die Martin-Gaunensdorfer-Straße führen aber hier bei dem Vorschlag habe ich das jetzt mal so gelassen dass er weiterhin eine Richtung über die Parnettgasse fährt und in die andere Richtung. So aber dann hier ab der Obachtgasse soll er dann nicht eben wie derzeit zur Hermann-G-Bauer-Straße fahren denn das würde hier dann vom 25A übernommen werden sondern geradeaus weiter zur Perko-Straße über die Niedermoser-Straße und den Dastanowski-Weg zur Lichtblaustraße und ab hier dann Perko-Straße, Wagram-Straße, die Wagram-Straße runter, die Haltestelle Spitzweg dann auch für einen Bus der Wiener Linnen einhaltend zur Aderklar-Straße in die Sandauergasse fahrend. Das deshalb weil er quasi in diesem Bereich hier dann schon recht viel Strecke zurückgelegt hat bis er zur Lichtblaustraße kommt und es hier durchaus Sinn macht diese nicht nur von dieser Seite so wie er auch derzeit der 25A vollführt an die U-Bahn beim Rennbahnweg anzubinden sondern auch hier zur Aderklar-Straße. Auch da der 25A, der in diesem Bereich dann auch fährt, hier bei der Hermann-G-Bauer-Straße rauf fährt und dann hier die B8 Wagram-Straße abdeckt, kann man hier mit dieser Linie dann einfach diesen unteren Teil auch zusätzlich neu abdecken und eben schnelle Verbindungen zur U1 von jedem Punkt entlang dieses Streckenteils schaffen. Das ist eben größtenteils dann dieser zweite Teil zum 25A Vorschlag, dass man eben den 27A dann diesen Teil hier fahren lässt, dass halt der hier in diesem Bereich wirklich nur ein eigentlich ziemlich geradliniger fahrender in diesem Bereich Industriebus ist, während der 25A dann auch die sinnvolle Aufgabe der doch recht raschen Süßenbrunnen-Anbindung hier oben abdecken kann. Beim Fahrplan habe ich mich an sich ziemlich genau an den Wiener Linien Fahrplan gehalten. Wir haben hier als quasi schlechtesten Takt einen 15-Minuten-Takt, der dann zur Hauptverkehrszeit in der Früh auf einen 7,5er geht und ansonsten hier einen 10er-Takt ziemlich durchgehend hat. Ja, und halt dann eben so gegen Abend, Nacht dann halt wieder einen 15er-Takt. Das ist eigentlich alles, was ich zu dem vorerst hier mal zu sagen habe. Danke fürs Zusehen und bye bye. Störnall Toiless Zusehen 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 Oder Esschen Zusehen 划 ая